Wenn sich alles verändert, muss man sich ebenfalls verändern. Unternehmen, die Zukunft planen, Prozesse optimieren, neue Ideen und Visionen leben, werden den Fortschritt auf der Überholspur definieren. In immer besser vernetzten Welten. Selbstlernende Softwarelösungen, die den Lebenszyklus neuer Produkte vorausahnen können, eröffnen bahnbrechende Möglichkeiten. Automatisierung und Digitalisierung, Begriffe einer zu vernachlässigenden Vergangenheit. Modernstes Ingenieurs-Know-how, gesteuert durch Quantencomputer, als Herzschrittmacher neuer technologischer Kompetenz. Damit wird der Takt von reibungslos funktionierenden Produktionslinien vorgegeben. Unternehmen werden mithilfe optimierter Antriebstechnologien ihren Mitbewerbern nicht nur weit voraus sein, sie werden mit Mach 3 in nie dagewesenen Dimensionen vorstoßen. Like and Send, Click and Order, Marked and Get. Dies sind die Vokabeln, aus denen sie unsere Zukunft schon jetzt gestrickt haben. Ob Swipe im Vorwert oder Disc Like and Return, Lieferketten zum Endkunden werden so einfach sein. As easy as you think. Diese Unternehmen gehören zur Innovation X. Die Weichen sind gestellt. Für eine Reise in ein neues Zeitalter. Wir sind solch ein Unternehmen. Wir sind Evolution.